Gia? Es war doch Gia, richtig? Sie müssen sehr gut sein in dem, was Sie tun. Sonst hätte Christian Sie bestimmt nicht angefragt. Aber bitte sprechen Sie nicht mit meinem Mann, als wäre ich nicht hier. Anna. Ich habe schon viele Prestigeobjekte geplant. Sie dürfen mich Mrs. Gray nennen. Und das ist kein Prestigeprojekt. Das soll unser Zuhause werden. Also, wenn Sie diesen Auftrag wollen, rate ich Ihnen, meinen Mann nicht anzuflirten und Ihre Finger bei sich zu behalten. Tut mir leid, Mrs. Gray, aber ich würde niemals... Es kommt nicht wieder vor. Alles in Ordnung? Ja. Wir haben gerade eine alternative Variante besprochen. Etwas nicht ganz so Aufdringliches. Etwas Respektvolleres.